So aufgeregt und begeistert. So, Lohnrouten. Zwei hebe ich mir mal so auf. Den Rest mache ich zu Lohnstaub. So, 12 Hammer. Ja, gut, ich glaube mit 4 kommen wir ganz gut zurecht. Zack, zack. Und zack. Ne, warte mal, jetzt würde mich jetzt gerade mal was interessieren. Ob das mit dem Lohnstaub geht. Ne, okay. Es gibt ja diese Kettenhemden, ne? Und die macht man ja angeblich aus Feuer. Und ich dachte, ja, das könnte vielleicht Lohnstaub sein. Naja, egal. So, jetzt muss ich das Zweig einsammeln. Effizienz, Behutsamkeit, Glück. Wollte ich nehmen mal. Ich würde sagen, wir nehmen die. Die Behutsamkeit. Dann noch eine Schaufel und vielleicht noch eine Axt. So, okay. Eins, zwei, drei. Also, die zwölf da weg. Und die vier dann dahin. So. Äh, freie Stelle erst einmal. Hoch. Okay, jetzt geht's schon mal in die Richtung. Komm her. Danke. Es geht schon mal in die Richtung. Okay. Dann laufen wir mal los. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin echt so gespannt. Ob man ein Ende finden. Vor allen Dingen, wo? Ne? So. Wie weit laufe ich denn? Keine Ahnung. Naja. So. Ja, das geht ganz einfach mit der Steuerung-Taste. Dann einfach mal loslaufen. So. Ich weiß, wir hier nochmal eins. Ich möchte die ungern verlieren. Ich möchte die ungern verlieren. Doin. 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 Ah, es geht noch weiter. Okay. Ja. Juhu. Super. So. Ja. Fifty Shades of Grey. Das wird bestimmt ein Kassenschlager. Weil ich kenne die meisten Leute. Äh, ja. Was heißt die meisten Leute kenne ich? Ja, das wäre ja ein bisschen übertrieben. Ich denke mal, die meisten Leute, so rum, die werden dann, äh, in den Film reingehen. Und, äh, ich glaube, der hat angeblich jetzt schon auch irgendwie so ein paar Millionen eingespielt, ne? Vor allen Dingen in den USA und Kanada. Also gerade in den USA, ne? Die total... Achso, da waren wir schon. Ich habe da hinten noch den Tempel gesehen. Die total brüde sind und sowas, ne? Weißt du? Also, echt jetzt. Dann gibt es dann Frauen, die schauen Fifty Shades of Grey und, äh, aua. Und regen sich dann auf, wenn der Mann auf Nine-Gag dann bei NFSW rumsurft. Also, sowas. So. Immer noch da lang. So. Oh, immer noch ganz. Hahaha. Sehr schön. Es geht immer noch da lang, okay. Aber gut, dann laufe ich halt noch so ein bisschen. Ne, aber gerade die USA, ne? Die sogar Kinderüberraschung verbieten, weil das ja schlecht für die Kinder ist, ne? Das könnte ja gemeingefährlich werden. Hm. Also, echt jetzt, Jungs. Die Amis, die haben doch einen an der Klatsche, oder? Weißt du, den Kindern können sie irgendwie so eine Uzi oder sowas in die Hand geben. Äh, es geht... Oh. Jetzt geht es da rüber. Nein! Nein, das Auge ist kaputt. Ach, ne, da ist es. Haha. Cool. Jetzt geht es hier rüber, okay. Dann bin ich mal gespannt. Wir könnten eventuell schon in der Nähe sein. Ja, oder auch nicht. Nein! Das ist jetzt kaputt gegangen. Verdammt. Naja, egal. Wir haben ja noch ein paar. So. Gehen wir mal hier lang. Ja, okay. Bevor ich jetzt hier über den Berg gehe... Oh! Oh! Wir sind schon in der Nähe. Okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal hier runter und gucken. So, Faggeln. Ah, 29 habe ich nur dabei. Das war... Warte mal. Ich habe da hinten noch Bäume gesehen. Ich habe hoffentlich eine Axt dabei, oder? Ja, habe ich. Gut. Wollte ich mir noch ein paar... Ja, ein Baum oder sowas müsste reichen. Inzwischen drin nochmal Kohl. Behutsamkeit. Äh... Toll. Toll. Verdammt. Naja, egal. Autsch. Müssen wir halt ein bisschen sparsam sein. So, halt. Äh... Da an die Seite. Nein. Ah, hier geht es nicht runter. Okay. Hm, doof. Wo machen wir dann den Eingang hin? Ach, komm. Kamen wir uns einfach nach unten. So. 3x3 sollte ausreichen. So, ich mache jetzt hier dann auch mal... ...zwei Fackeln hin. Okay. Ja, das ist... Ne. Wir kommen ja eh gleich auf Steinen, denke ich, ne? Ja. So, okay. Du weg. Äh. So, warte mal. Das sind... Ja, gut. Das sind drei. Äh. Hallo? Oh, ich höre Lava. Das ist nicht besonders gut. So. Das sind auch nochmal drei. Dann hier nochmal. Und dann... Ja. Eins, zwei... Oh. Alter, ist sie flink. Was ist? Ja, Gott. Äh. Das war... Verdammt. Das war zu... Bäh. Das war doof. Das war einfach nur doof. So. Machen wir hier mal noch eine Fackel hin. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hier wieder eine Fackel. Das wird jetzt richtig spannend, wie ich mich jetzt hier runtergrabe. So, okay. Ich brauche jetzt hier auch... Ah, Mann, ey. Warum habe ich die Behutsamkeitsspitzhacke mitgenommen? Und keine richtige. Man wollte es ja auch eine richtige, aber... Eine viel Kohle. Nicht voll Horst. Naja. Was willst du machen? Ja, toll. Kippe ausgegangen. Naja. Egal. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Auch wieder eine Fackel. Alter, ich hätte mir ruhig mehr Fackel mitnehmen können. Ganz ehrlich. Naja. Ich wollte eigentlich mit euch auch eine Höhlentour machen. Ja gut, jetzt machen wir ja mehr oder weniger eine. So, komme ich ja auch irgendwann mal in der Höhle rein oder so. Ja? Das wäre mal nicht verkehrt. Welcher höher sind wir denn jetzt? 35. Oh, hier ist Kohle. Sehr schön. Also eine Höhle wäre jetzt nicht verkehrt. Ne? Minecraft Gott. Wenn du mich hörst, lass mich mal in der Höhle. So, wir sind jetzt auf Höhe 29. Ich glaube, weiter runter muss ich nicht. Ah. Das ist einfach mal straight nach vorne. Ne? Ich hör hier irgendwas. Wird es hier lauter? Nicht wirklich. Vielleicht hier. Och Mann ey. Glaubst du das? Äh. Ah. Hm. Ja, ich glaube, hier wird es ein bisschen lauter. Ach Mann ey. Ich will doch bloß eine Höhle finden. Ist ja nicht so viel verlangt, oder? Ah, ich höre was. Ah, ich höre den Höhlen-Sound. Cool. Jetzt müsst ihr irgendwo auch mal in der Höhle auftauchen. Na ja, also hier mal nicht. Schade. Hier vielleicht irgendwo. Äh. Oh, das hört sich, das hört sich bloß nach Zombies an. Auf jeden Fall. So, was haben wir dann? Ja, komm, die machen wir steigen. Ach Mann ey. Hallo Zombie. Hallo Spinne. Ich höre eine Spinne. Und Skelett. Ah. Ich habe schon gedacht. Oh. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Moment, Moment, Moment. Wie sieht es hier aus? Äh. Was? Hä? Was jetzt? Da gelang, ne? Ja, genau. Okay. Zack.